In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie Stanzwerkzeuge über bestehende Kantungen oder Biegungen hinweg platzieren können. Wir verwenden diesen Skizzenmittelpunkt für unsere Stanzung. Starten wir also den Befehl Stanzwerkzeug und aus den Vorgabestanzelementen wählen wir die Stanzung UpRound. Mit Öffnen platzieren wir nun auf diesem Mittelpunkt das Stanzelement. Wie Sie sehen können, ist dieses Stanzelement für die Fläche hier oben zu groß. Es geht also an der linken Seite über diese Biegung hinweg. Wir müssen nun im Fenster für das Stanzwerkzeug die Option Über Biegung hinweg aktivieren und mit Beenden wird nun diese Stanzung erstellt und Sie sehen, dass die Stanzung über diese Kantung oder Biegung hinweg platziert wird. Sehen wir uns jetzt auch die Abwicklung von diesem Blechbauteil an erstellen wir hier die Abwicklung und hier können wir erkennen, dass auch die Abwicklung von dieser Stanzung, welche über die Biegung hinweg erstellt wurde, kein Problem ist.